Hey Leute, ich bin Seraphis und willkommen zu einer weiteren Runde von Gangbeasts. Am heutigen Tag zocken wir wieder normale Online-Matches. Und ihr könnt auf jeden Fall ein Like da lassen, wenn ihr mehr Gangbeasts sehen wollt. Und wir versuchen heute zu gewinnen. Wie gesagt, wir zocken Online-Matches auf verschiedene Maps. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Runde. Bevor das Video jetzt weitergeht, Leute, gibt es jetzt auf jeden Fall noch die Auflösung von der Verlosung im 200-Abo-Special. Ihr konntet ja eine 10-Euro-Paysafe-Card gewinnen. Und hier rechts stehen die Teilnehmer, die daran teilgenommen haben. Und im Glücksrad stehen die auch. Ich habe tatsächlich ein Online-Glücksrad gefunden. So, aber bevor wir drehen, wollte ich noch ein paar Wörter loswerden. Und zwar, erstmal danke für eure Kommentare. Aber ein paar Kommentare davon wurden einfach nicht angezeigt. Und zwar, es gab Fehler. Ich habe auch nichts gefiltert oder so. Sondern die Kommentare wurden irgendwie automatisch gelöscht. Deswegen, Leute, wenn ihr auf dieses Video geht, dann findet ihr manche Kommentare nicht. Aber ich konnte die Kommentare trotzdem lesen, weil ich sie nicht nur in den Kommentaren angezeigt bekomme. Deswegen, Leute, erstmal danke für die Kommentare. Ich habe alle durchgelesen. Nur, leider sind nicht alle da auf diesem Video. Ich habe auch keine gelöscht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war das irgendwie so ein Bug auf diesem Video oder so. Weil ich habe auch nichts gefiltert oder so. Naja, Leute, tut mir leid an die Leute, die irgendwie gute Kommentare geschrieben haben. Ich habe die aber trotzdem gelesen. Danke dafür. So, also, bevor es jetzt mit dem normalen Video weitergeht, wollte ich auf jeden Fall jetzt noch drehen. Und ich würde sagen, Leute, wir klicken in 3, 2, 1. Let's go. So, jetzt dreht es sich. Und wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Es ist auf jeden Fall Blaustern. Glückwunsch auf jeden Fall an Blaustern. Du hast die 10 Euro Paysafe-Card gewonnen. Und, wie gesagt, nochmal danke für die 200 Abos. Ja, und sorry, das mit den Kommentaren. Glückwunsch erstmal an Blaustern. Und ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß mit Gangbeasts. Und dann beginnen wir mit den Balken, Leute. Und am Anfang sind immer so viele Leute da. Oh, nee, bei dieser Map fällt man so schnell um. Wir sind, by the way, dieser Rote. Oder? Ja, da sind wir doch, ne? Ja, da sind wir. Ich dachte gerade, wir sind runtergefallen. So, wir gehen erstmal hier hoch. Weil da irgendwelche Ratten chillen. Spaß beiseite. Zack. Zerstören, zerstören, zerstören. Leute, wir zerstören ihn. Guckt, wie er Angst hat. Der hat Angst. So, lassen wir die sich zerstören, oder? Gehen wir ihm eine Kopfnuss. Zack. Eine Kopfnuss. Ja. Zack. Okay, einer ist runter. Nur noch ich gegen ihn, ne? Komm, das war unsere Taktik von Anfang an, Alter. Das war einfach von Anfang an unsere Taktik. Komm, den zerstören wir jetzt. Zack. Runter mit dir. Runter mit dir. Los. Nein, was? Der hat uns einfach getroffen. So, jetzt sind immerhin ein paar gequittet. Und jetzt kann es eigentlich eine lustige Runde werden. Zack. So, erstmal haben wir ihm seine Piratenkappe abgeschlagen. Oder abgeköpft. Zack, einer ist unten. Beide sind unten. Und der gewinnt einfach. Der wird einfach gewinnen. Der wird einfach so schnell gewinnen. Den zerstören wir. Der ist unser nächstes Target. Und wir sind nur noch gegen ihn dran. Oh, oh. Und das auf der Aquarium-Map, Leute. Let's go. Die Aquarium-Map ist immer so lustig. Hä? Achso, ich dachte, der ist gerade AFK. So. Jetzt komm her. Du kommst jetzt her. Ah, der geht runter, die Ratte. Die Ratte geht runter. Komm, wir zerstören ihn. Und. Oh, oh. Ich lauf ihm dumm nach. Ich lauf ihm dumm nach. Oh, oh. So, jetzt, jetzt. Hol ihn, hol ihn, Kraken. Der holt ihn, oder? Und? Wird das unser Win? Das wird unser Win. Ey, das wird einfach unser Win, oder? Nein. Hol ihn, bitte. Wir machen einfach den Move. Wir feiern uns schon. Oh, nein. Oh, nein. Das war ein Fehler. Aber wir haben gewonnen einfach. Hier, nehm ich mit. Nehm ich mit. Wir haben gewonnen. So, da sind wir auf dem Luftschiff. Komm, jetzt zerstören wir den. Erstmal eine Kopfnuss. Zack. Oh, oh. Zack. Haben wir wieder gewonnen? Wir haben einfach wieder gewonnen. Das war einfach die schnellste Luftschiffrunde der Welt. Oh, das Riesenrad, Leute. Das Riesenrad. Schnell hoch. Ganz ehrlich. Schnell hoch. Zack. Oh, oh. Ich glaub, der macht jetzt keinen Spaß mehr. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Ja, wir leben, wir leben. Stirbt der wirklich? Der verkackt ist, oder? Der verkackt ist. Schnell hoch. Schnell hoch. Lebt er noch? Oder ist er tot? Oh, der lebt. Der lebt einfach. Nein. Geh hoch. Ja, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Was? Als ob das umfällt. Zack. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Zack. Und jetzt schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn. Leute, wir müssen leben. Wir müssen leben. Zack. Geh hoch. Geh hoch. Warum geht er denn nicht hoch? Geh hoch. Geh doch hoch, Mann. Wir gehen einfach nicht hoch. Das dürfte nicht passieren. Und da beginnt auf jeden Fall dieser Verbrennungsofen. Und wie viele sind denn wieder hier, Alter? Wir müssen alle nacheinander rausschmeißen, Leute. Das packen wir. Oder die schmeißen sich alle selbst raus. Komm, wir helfen. Wir helfen. Zack. Let's go raus mit dem. Zack. So, und jetzt eine Kopfnuss oder so. Bam. Ja, den haben wir. Den auch. So, ist das nicht der letzte von, äh, dieser letzten Runde? Wir sind raus. Wir sind einfach raus. Es ist unentschieden ausgegangen. Und da sind wir auf dieser Balken-Map. Und jetzt zerstören wir direkt den. Oh, den, den. Was? Wir sind direkt raus einfach. Och Gott, ey. Als ob die so schnell fallen. Also dieser Boden, ey. Und dieser Typ hat gewonnen, ey. Und da sind wir auf dieser Gondel. Lass direkt Kopfnuss. Wir machen direkt Kopfnuss. Zack. Zack. Der ist K.O. Und schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Der ist nicht mehr K.O. Aber egal, egal. Was? Der nimmt uns einfach mit. Der nimmt uns einfach mit. Ach, ey. Der darf, der Grüne darf nicht gewinnen. Leute, der Grüne darf nicht gewinnen. Der Grüne hat einfach gewonnen. So, hoffentlich wird das nicht die letzte Runde. Junge, warum geht der immer direkt auf uns, ey? Wir haben gerade richtig Pech irgendwie. So. Ey. Hört auf, hört auf. Erstmal festhalten. Erstmal eine Runde festhalten, Leute. So, wir sind jetzt richtig lange drin. So, let's go. Let's go. Und? Verkacken die irgendwie? Oh, wir fliegen auch hoch. So, Angriff. Zack. Angriff, 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 Angriff. So. Bam. Zack, 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 zack. Nein, wir haben kassiert. Aber wir stehen auf. Okay, zwei sind raus. Zwei sind raus. So, wir sind nur noch gegen den. Nein. Ich will auch, wir sind raus. Ach. Dieser Typ, Mann. Und da sind wir im Boxkampf, Leute. Oh, oh. Ich habe auch Gangbeasts seit der letzten Aufnahme auch nicht gespielt. Also. Oh Gott. Das. Ich kann einfach nicht trainieren. Also, ich trainiere einfach nicht. Nicht mehr. Ja, ich habe das früher auch oft privat gespielt. So. Zack, zack, zack. Einer ist raus. Oh nein. Wir dürfen nicht der Nächste sein. Wir dürfen nicht der Nächste sein. Komm. Raus mit dem. Raus mit dem. Und. Bam. Ja. Die Ratte einfach. Die Ratte. Zack, zack, zack. Wir packen das, Leute. Wir packen das. Und. Ach Gott, ey. Ja. Tu ihn raus. Tu ihn raus. Tu ihn raus. Ja, dann tun wir halt dich eben raus. Und. Ah, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft immerhin. So. Und jetzt raus. Raus mit euch. Oh. Zack, 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 zack. Was? Ey, wir fliegen raus. Ey, wir dürfen jetzt nicht rausfliegen. Ey, was? Och, ey. Wir sind da irgendwie durchgegangen oder so. Ja, und der hat gewonnen. So, lass dem direkt eine Kopfnuss geben. Direkt eine Kopfnuss. Zack. Und? Ach, der ist AFK. Ne, ist er nicht. Der darf jetzt nicht hochklettern. Lass einfach hier bleiben. So, wir bleiben einfach hier. So, der will hoch, der will hoch. Zack, zack, zack. Und schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn. Der ist einfach hochgeklässert. So. So. Wir halten uns fest. Zack. Lass einfach hier hin. Junge, der hält sich an uns fest. Zack. Kopfnuss, Kopfnuss. Kopfnuss. Nein. Aber wir leben, wir leben, wir leben. Zack, Alter, was ist hier? Junge. Bam. Ja. Flieg runter. Was? Der fliegt nicht runter. Zack. Zack, dich direkt, dich direkt. Junge, was? Der schickt uns direkt weg. Junge, und jetzt, als ob der jetzt gewinnt. Nee. Was, der lebt noch? Oh, der Grüne hat gewonnen. Ja, GG. Naja, Leute, damit würde ich sagen, das war es mit einer weiteren Runde von Gangbeasts. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles in der Beschreibung verlinkt, Leute. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute, und ciao.